Ja hallo, Dr. Matthias Kirchmeier, der Medical Director von die FITMACHER und ich habe das Selbsthypnose-Seminar beim Wolf Kruger gemacht. Aus dem Grund, weil ich meine Performance und ja meine Performance im Alltag und meine Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben wollte für meinen Beruf, für das Feld, das ich mache, dass ich Menschen gesünder mache und diese Selbsthypnose ist wirklich der Bringer. Es taucht mir richtig gut und ich kann es nur Ihnen weiter empfehlen. Hallo, mein Name ist Roland Bassecker, ich bin mit eigenfühlen mit der Dialog Telekom und Unternehmensberater. Ich habe letztes Jahr ein Hypnose-Seminar, eine Selbsthilfe-Hypnose beim Wolf Kruger gemacht und ich kann wirklich sagen, mein Leben hat sich wirklich spürbar verändert. Es ist unglaublich, was man jetzt alles zusammenbringen kann, was früher eine absolute Hürde war. Das ganze Work, Life Balance, Schlafen, alles ist wesentlich besser geworden. Also zusammengefasst, ich kann wirklich jedem empfehlen, dass er das macht und gratuliere nur jedem, der diesen Schritt macht.